So, herzlich willkommen zu Let's Play Massive Week 3, und zwar ist das Folge 83. Ja, ich habe ja versprochen zu versuchen, das Ganze fertig zu machen, bevor ich wiederhole, bevor ich keine Zeit dazu habe. Tja, und ich habe mir vorgenommen, das innerhalb des Mais noch abzuschließen. Jetzt ist der 30. Mai, und ich habe tatsächlich die Möglichkeit, eventuell es noch zu schaffen. Ich vermute mal, ab heute Abend habe ich keine Zeit mehr für sowas. Deshalb, lasst uns mal gleich anfangen, denn ich möchte ja versuchen, es noch abzuschließen, und es kommt noch einiges, das weiß ich ja, weil ich das Spiel halt schon mal gespielt habe. Ich werde auch nicht spoilern, oder nur ganz wenig. Gut, lesen wir mal vor, was Diana Ellers uns so geschrieben hat. Ich vermute mal, dass es in Bezug nehmend auf die Geschichte, die sie uns erzählt hat, dass sie auf Bekenstein, also oder in Bekenstein, in dem System Bekenstein, oder auf dem Planeten Bekenstein, im System der Citadel geboren wurde, oder auch gelebt hat, und dementsprechend vermute ich mal, bezieht sich dieser Titel Rache darauf. Hat wahrscheinlich aber keinen von euch interessiert. Gut, Rache von Diana Ellers. Commander, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist, wie viel Sie den Leuten bedeuten, aber mir schon. Wenn ich lese, was so alles im Postfach von Batespace ankommt, da würden sogar am Gäst Tränensäcke wachsen. Seitenweise bitten Leute darum, dass sie den Planeten ihrer Mutter retten, oder die Heimatwelt, die sie verlassen haben, oder die Bergbaukolonie, in die sie ihr Vermögen investiert haben. Sie wissen nicht, was sie alles, was sie das alles gar nicht leisten können. Ey, heute hab ich's nicht so. Entschuldigung. Sie wissen nicht, dass sie das alles gar nicht leisten können. Sie wissen nur, dass Commander Shepard einen Reaper besiegt hat, und es wieder tun kann. Ja, das stimmt. Ist ja auch nicht nur einer gewesen, sondern inzwischen drei. Ich weiß, wie diese Leute sich fühlen. Als ich von Bekenstein erfuhr, war es, als hätte jemand sämtliche Nerven in meinem Körper durchschnitten. Aber ich muss daran glauben, dass das nicht das Ende ist. Ich muss daran glauben, dass sie die Reaper vernichten werden, und ich werde dabei sein und es fehlen. Und wenn der Kampf vorüber ist, und mein Signal über Teigbienen gesendet wird, dann werden Leute aus der ganzen Galaxie sich versammeln. Sie werden auf ihren Sofas sitzen und zusehen und feiern. Und eines Tages werden sie auch wieder lachen. Lachen ist wichtig. Ich will, dass sie alles wieder normal machen, Shepard. Denn das ist die beste Rache, die ich mir vorstellen kann. Diana. G.S. Ich wüsste jetzt gerne, ob das irgendwas mit dem Update zu tun hat, das ich eben installieren musste. Naja. Vielleicht laufen wir nochmal bei Diana vorbei. Ich weiß, das will eigentlich keiner. Außer mir. Aber da ich an den Kontrollen sitze und ihr nicht, und ihr, warum auch immer, das Video angeschaltet habt, und es euch anguckt, das ist ziemlich sinnlos, okay. Wie gesagt, müsst ihr halt damit leben, dass ich am Steuer bin. An den Kontrollen. Wenn ich hier nicht habe, trinkt er unbekannte Bourbon. Jetzt ergibt alles einen Sinn. Was soll das heißen? Sie mögen doch auch Whisky. Scotch, mein Lieber. Dieser Dreckskerl trinkt amerikanischen Bourbon. Das ist etwas völlig anderes. Er ist ein größenwahnsinniger Psychopath. Und Sie haben Probleme mit seinen Getränke vorliegen? Sie haben offensichtlich noch nie das taufige Aroma eines guten Highland Scotch genossen. Tatsächlich habe ich das nicht. Bin ich aber auch nicht traurig drum. So. Gut. Auf zur Erde. Wir wollen ja heute noch ein bisschen was sehen. Nicht wahr? Ich vermute mal, wenn der Part hier online ist oder online geht, also sprich ich ihn hochgeladen und dann verarbeitet, also nachverarbeitet und auch eingestellt, also freigegeben habe für euch, dann ist wahrscheinlich schon die Hälfte der Zeit, in der ich keine derselbigen habe, vorbei. Hoffen wir mal. So. Dann ist das gut. Wollen wir noch mal tanken? Ich bin bestimmt vollgetankt bis zum Rand. Das mache ich doch. Naja. Ich habe immer gedacht, der lokale Cluster wäre hier in der Richtung, aber gut. Vielleicht täusche ich mich da auch total. Ja, wo fliegen wir denn hin? Wir haben ja so viel Auswahl. Nicht. So. Kommander, Prioritätsmeldung für Sie von Admiral Hackett. Er will an Bord kommen. Erlaubnis erteilt. Jawohl, Kommander. Kommander. Admiral. Sind Sie bereit, die Mächte der Galaxie über den Reapern zu entfesseln? Jawohl, Sir. Dann machen wir die Flotten bereit. Alle Flotten machen Meldung, Sir. Noch nie sind so viele zusammengekommen. Aus allen Ecken der Galaxie. Aber wir hatten auch noch nie einen Feind wie diesen. Die Reaper zeigen keine Gnade. Und wir werden es ihnen gleich tun. Sie terrorisieren unsere Völker. Wir müssen diesem Terror entgegentreten. Sie setzen nach, bis unsere letzte Stadt fällt. Aber wir werden nicht fallen. Wir werden siegen. Jeder von uns wird sich in der kommenden Schlacht beweisen. Nicht nachlassen. Nicht nachlassen. Stärke zeigen. Gemeinsam. Hackett Ende. Shepard. Die Schwertflotten sind bereit zum Angriff auf die Reaper rund um die Erde. Sie beschäftigen den Feind und Sie nehmen mit den Hammerbodentruppen London ein. London? Warum gehen wir nicht direkt gegen die Citadel vor? Das kann Ihnen Anderson sagen. Admiral, wie sieht's bei Ihnen aus? Wir sind bereit, es zu beenden. Aber wie Sie sehen, ist die Station dicht, seit er über London aufgetaft ist. Verdammt. Die Arme müssen offen sein, um den Tegel anzudocken. Ganz genau. Aber London ist umringt von Hades-Kanonen. Solange sie aktiv sind, können die Hammer-Transporter nicht landen. Sie führen eine Staffel kleinerer Shuttles an. Infiltration mit einem Bodenteam und dann schwere Waffen gegen die Kanonen. Hammer kann landen. Und wir richten eine vorgeschubene Operationsbasis ein. Ich sehe immer noch nicht, wie wir von London aus zur Citadel kommen. Die Reaper transportieren mit diesem Strahl lebende und tote Menschen zur Citadel. Von der VOB aus startet Hammer einen Frontalangriff auf den Citadel-Strahl. Jedes Team, das es so weit schafft, nimmt den Strahl zur Citadel und versucht die Steuerung der Citadel-Arme zu finden und zu aktivieren. Sobald wir die Arme sehen, eskortieren Abschirmfloppen den Tegel zur Citadel. Entscheidend ist das Timing. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Tegel lange zu schützen. So, jetzt hat das Rauschen auch wieder aufgehört. So, ähm, ich musste gerade das Mikro muten. Ich wollte euch die Bauarbeiten ersparen. Oder vielmehr die Geräusche während dieser epischen Zwischensequenz. Ja, und nach dem Aktivieren dauert es eine Weile, bis die Entrauschfilter wieder an sind. So, aber jetzt haben wir das und, ja, dafür sind wir ausgebildet. So sieht's aus. Nichts ist einfach. Warum sollte das plötzlich anders sein? Ein Fahnsinn. Ich will unsere Chancen gar nicht wissen. Aber... Aber es gibt keinen anderen Plan. Wenn wir warten, bluten uns die Reaper aus. Konventionell können wir sie ohne Tegel nicht besiegen. Öffnen Sie die Arme, Commander. Um jeden Preis. Wir machen den Rest. Jawohl, Sir. Viel Glück. Für uns alle. Ähm, ich hoffe, das flackert jetzt wieder nicht so. Ich werde das nachher mal kontrollieren, ob das in meiner Aufnahme, im Grundaufnahme auch ist. Äh, äh, zur Not muss ich es anders reinnehmen. Für die letzten paar Parts nehme ich dann die längere Laufzeit mal in Kauf. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Das seht ihr aber, falls es hier gerade flackern sollte. Ähm, wen nehmen wir denn mit? So. 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 Auch wenn es hier verlackern sollte. Das tut mir leid. Tut's wirklich. Ähm, nein. Egal, ich hätte... Ich hätte vielleicht doch nochmal was kaufen sollen. Ich hätte eigentlich eine coole Waffe gesehen. In einem anderen Let's Play. Wo sich jemand das gekauft hat. Nein, ist auch egal. Zack, zack. Zack, zack. Ich weiß nicht. Ist auch egal. Automatisch. Zack. Ist gar nicht schlecht. Ja, mach mal hier Gareth fertig. Und hier Javik auch. Coole Sache. Näher in uns durch Portal, Commander. In 30 Sekunden sind wir durch das Portal. Oh! 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 Meldung der Allianzflotte. Meldung der Turianer. Meldung der Asari-Flotten. Varianische Flotten gemeldet und bereit. Meldung der Gareth-Flotte. Alle Flotten machen Meldung, Commander. Bereit für ihren Befehl zum Angriff. Oh! 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 An alle. Es geht los. Bereit machen für mein Signal. Feuer! Greifen Sie auf mein Kommando die Reefa-Streitkräfte an. Angriff! Angriff! Verständige! Angriff! was hat er keine Tablet-Streitkräfte aner cookte vaya? Beidee-Stein-ORE Gl Das war's für heute. Kommander! Vorsichtig da unten. Wird schon. Bleiben Sie wachsam. Zu Befehl. Vorhut ist unterwegs. Hammer ist in Position und wartet, bis ein Weg freigeräumt ist. Normandy wieder bei Schwert. Viel Glück. Ich bin bald wieder zurück. Ich nehme Sie beim Wort. Normandy Ende. Wir nähern uns der LZ, Commander. Wie sieht's aus? Es ist die Hölle. Sehen Sie selbst. Es tut mir leid. Ich weiß, es ist schwer. Ich erkenne Sie kaum wieder. Scheiße. Anvisiert. Festhalten. Das war der Trupp, der das Verteidigungsgeschütz ausschalten sollte. Wer ist jetzt dran? Niemand in der Umgebung. Alle im Einsatz oder abgeschossen. Absetzen. Man? Wir müssen das Ding ausschalten, damit Hammer landen kann. Verstanden. Planänderung, Leute. Wir werden diese Haddis-Kanone ausschalten. Zu Fuß. Dürfte schwierig werden. Das abgestürzte Shuttle hatte bestimmt schwere Waffen an Bord. Perfekt. Sie haben's gehört. Wir begeben uns sofort zu dem abgestürzten Shuttle. Wir durchsuchen das Wrack nach schweren Waffen. Bin bei Ihnen, Shepard. Ja. Eigentlich muss ich jetzt schon wieder schneiden. Ich kann hier nicht bleiben, Mä. Komm erst, wo Sie uns erst, wenn Sie das Geschütze ausgeschaltet haben. Verstanden. Cortez Ende. Also gut. Dann weiter. Ja. Ja. Nein. Ich hoffe wirklich, dass das nicht von der Qualität zu schlecht ist. Na wirklich, weil das ist so ethisch. Ich stehe total auf dieser Raumschlag. Ups, keine Munition. Jetzt haben wir keine Munition. Oh. Oh. Unser letzter Raum auch. Geras oder Geras? Ich müsste eigentlich mal schneiden. Oh. No. Komm. Das reicht aber Was ist denn da noch? Wieso? Immer noch nicht So, ich Schneide hier gleich mal Fertig